Hallo, mein Name ist Pia Pircher, ich bin Musikerin und für euch hier im Museum, da für mich Bilder und Klänge ineinander verwoben sind und zusammengehören. Ich selbst bin Synesthesistin und erlebe ein Bild mit Klängen und Klänge mit Bildern. Und jedes Bild, das mit einem Klang verbunden wird, verstärkt die Emotion des Bilders. Es erzählt gleich die Geschichte viel, viel stärker. Und das möchte ich für euch erlebbar machen, hörbar machen, fühlbar machen. Hier vor Antonis van Dijk, Samson und die Lila sind sehr, sehr viele Emotionen. Es sind die Soldaten, die in das Zimmer stürmen. Oder auch die Fassungslosigkeit des Samson, dass er hier jetzt von seiner Geliebten komplett verraten wird. All diese Emotionen werden auch durch die Musik übertragen und können ein Gemälde noch viel, viel lebendiger machen. Und das möchte ich gerne mit euch gemeinsam erleben. Musik 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 Vielen Dank.